Durch Spiele! Die macht man durch Spiele mit dem Arsch. Ja, na klar! So ein Lappen, wo ein Loch ist, wo der Arsch ist. Deswegen, ich sag's jetzt nochmal richtig. Ich weiß nicht, es tut mir leid, ich kann mich nicht mehr konzentrieren. Ich weiß, es ist unglaublich zurückgeblieben. Aber weißt du, ich hab dich halt angeschaut und dann seh ich halt dieses Spektakel und dann war ich einfach weg. Spektakel. Ja, ja. Okay, fuck it. Lass es nochmal machen.